Ein Konzern ist immer ein Konzern. Ein Konzern hat kein Herz. Wenn es um Hunger geht, ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Alle vier Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisationen FAO in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unter den Erd gewesen. Kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familiendem, sind infallit geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem zwölf Milliarden Menschen ernähren könnte. Die Absurdität der Situation der Agrarmärkte heute ist die folgende. Die reichen Länder, also die EU, die Vereinten Staaten, die zahlen ihren Bauern für ihre Produktion und für die Exporte der Produkte Subventionen im Jahr, letztes Jahr, von 349 Milliarden Dollar. Das ist mehr als eine Milliarde pro Tag. Die Konsequenz davon ist das Dumping, die Zerstörung der Agrarwirtschaften in der südlichen Hemisphäre, wo es fast nur Bauern gibt, mit einigen Ausnahmen. Ich nehme ein Beispiel. Die Hauptstadt von Senegal, der Republik Senegal in Westafrika, heisst Dakar. Diese Stadt beherbergt den grössten Landwirtschaftsmarkt in Westafrika. Das ist die Sandaga, der Sandaga-Markt. Wenn Sie auf den Sandaga-Markt gehen, können Sie europäisches Gemüse, europäische Früchte, europäische Kartoffeln usw. zu einem Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also der senegalesische Bauer, auch wenn er 18 Stunden im Tag arbeitet, unter brennender Sonne, mit letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, das Auskommen zu finden auf seinem eigenen Boden. Was muss er tun? Wenn er noch die Kraft hat, emigriert er unter Todesgefahr über die Strasse, Meerstrasse von Gibraltar und muss sich dann irgendwo in Südspanien oder als Strassenkehrer in Paris verdingen zu unmenschlichen Bedingungen. Freihandel hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine riesige Lüge. Es ist die Freiheit des Raubtiers im Dschungel. Wenn Nestle zum Beispiel gegen ein afrikanisches Bauernsyndikat antritt, ist das wie wenn der Box-Weltschwergewichtsmeister Mike Thiessen in den Ring geschickt wird gegen einen arbeitslosen Bengalen, ausgehungerten Bengalen. Und die Konzerne, die Macht der Konzerne heute auf dieser Welt drückt sich aus in einer Zahl, die die Weltbank letztes Jahr publiziert hat. Im letzten Jahr sind 52 Prozent des Weltbruttosozialproduktes, das heisst aller auf der Welt produzierten Reichtümer in einem Jahr, kontrolliert worden von 500 Weltkonzernen. Und diese Weltkonzerne, die funktionieren nur nach Profitmaximalisierung.